Willkommen zu einem neuen Live-Stream und zu einem neuen Part von Red Dead Dead Redemption oder so. Leute, schön, dass ihr wieder reingeschaut habt. Es ist quasi das kleine Stream-Vorsitzende von heute Morgen, denn heute Morgen habe ich 21 Minuten gestreamt, weil mir für heute ein Part, also für gestern, ein Part gefehlt hat. Und da ich helfe mich. Heute war das heißt immer Red Dead Redemption, weil er einfach mal nen Stream-Namstanz rauskriegt. Gut, Leute, wir haben Abraham Ways befreit und auch getroffen und wurden von De Santa überrascht. Einfach sagen, wir gehen erstmal noch zu Lulisa, weil ich glaube, die hat gar mehr so viele Missionen. Und Leute, heute fließen wir in Mexiko ab und nach Amerika. Und das Gebiet Richtung unserer Familie Blackwater. Da, wo wir uns das Ganze gerne gehen wollen, das werden wir in diesem Leisten. Hell machen. Wie lange dauert? Keine Ahnung. Aber ich glaube, es war nimmer. Und dann Leute, in den nächsten Leisten werden wir Red Dead Redemption abschließen. Und dann beginnt im nächsten Neues auf Twitch schon früher auf YouTube erst ab dem 1. Mai auf Lässe oder später. weiter weg damit. Können wir rausmachen. Auf jeden Fall wahrscheinlich noch während Red Dead Red Dead Redemption wird wieder Minecraft auch gestreamt. Auf Minecraft habe ich mir ja Lust, da will ich auch mal weitermachen. So. 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 Warte mal oben, nimm den Gast, aber ich glaube, oh. Ich glaube, der nächste Team wird nochmal, also wird mal wieder allein stattfinden. Wäre auch mal schön. Ach, der ist hier. Okay. Vater Abraham. Hey, Senor. You want trouble, friend? Manos arriba. Antilas. Tranquilo. Tranquilo, amigo. Tranquilo. Ya lo tengo. Mövese, cabrón. Marcy. Marcy. Oh, Mr. Marston, I knew you would come. Thanks for the welcoming committee. I'm sorry, we cannot be too careful. The world is very dangerous. Especially when you greet it with a gun. Please. Mr. Marston, my father was killed yesterday. The army found him and accused him of treason. They cut out his heart and fed it to their dogs. I ended with this. Then he took the honor of two young girls. I'm sorry to hear that, Luisa. My father must not die in vain. His death must mean something. It'll mean that war is brutal and unnecessary and good people die. And that's all it will mean. That is not enough. Well, you know I'll do whatever I can. But I have problems of my own. We all have problems. This is about the people. My father died for his people. For these men and for millions like them, that they may be free. While there are guns and money, there won't be any freedom, Luisa. Mr. Marston, the movement is on the brink of great reinforcements. Abram Reyes asked personally that you stop them reaching Escalera. They are coming by the old trail. You must ambush them. I have my own family to worry about. Mr. Marston, I have lost my father. My mother is in the United States. My sister has fled. I have no family. Just because. Mr. Marston, please. Good actions make you a good man. Then I'm doomed. But I will help you. Out of respect for your loss. Thank you, Mr. Marston. Thank you. Let's go. We do not have much time to prepare the ambush. Mr. Marston, as I am. Jesus is so happy. No, no, no. He is standing at the center. Well, the center is not. I don't like him. I don't like him. Hunter of theus. Now the 1st. It is not far now. The army convoy will be coming from the east. Are we going to steal their supplies? No, destroy them and kill everyone. Abraham wants to send a message. You have experience with explosives. A little. Been a long time. Good. Because we do not. You will man the detonator. My men are waiting there for us. They will also need your help setting up the dynamite. I'll do my best. We will do this for my father, John. There they are. These men will help you rig dynamite on the road. Please tell them where to place them. I'll be waiting up above, watching for the wagons. Okay. Follow me, gentlemen. Vale. Where do you want it? Start here. And here. Freddy, I'm going to go there. Here. So, in the game, where Selke will call Freddy. Another one here. Another one here. And the last one here. What do you mean, Louisa, the detonator? We will handle the rest. Let's go. I'm going to go with. Wow. Come on, Freddy. Hey. Come on. It's a... It's our best optiones. Get ready, John. I and they will fall eventually. I have faith that could move mountains. Look. They are coming. And we're going to go with the sea. Hey. They are pois and in the water. You come up with me. You, are like me. You're gonna have ذ- Get ready. I'm gonna wear a GoPro and I see. You're contributions to the camera. It's so fancy. Ken1ack gotta walk. Was ist das? Alter, ist das so gut, ich glaube, nicht? Ja, ja. Das war's. Okay, Leute, wir haben noch eine Luise-Mission, ich glaube, das ist die letzte, was du für nur vier und dann gibt es so drei, April Grace-Missionen bedeutet, vier Missionen, glaube ich. Ich glaube, dann kann ich so ein Part, da ist auch diese Part schon vorbei, wenn wir die Luise-Mission fähig haben und in den nächsten Part, Leute, ich weiß nicht, in den nächsten Part könnte tatsächlich schon das Finale kommen, ich glaube aber nicht. Ich mag das Pferd. Nur Wursch. Ja, aufgefallen. Ne, ne, nerven. Guck mal drin. So. Okay, Freddy, auf zu Luise. Ein E-Paar ist bestimmt durch das Finale, also den übernächsten bei dem Part. 24? Aber Leute, Wadda-Videmption ist bald vorbei. Und während Wadda-Videmption geht ja noch ein anderes Projekt los, ne? Mit Reolomaster, ne? Nämlich aber jetzt noch nicht so viel vorweg nehmen. Weis-Projekt. Ist wohl einfach cool. Davon nehm ich mir drauf. Wird auf zwischendurch die Tage schon gesteept, weil wir schon mal vorproduzieren. Das wäre jetzt bei jedem Game-Man, da ich schon mal vor den Livestream machen, wenn ich auch Videos hab. Wenn ich nicht immer auf Zeitdruck die Videos machen muss, das wäre ich jetzt immer so machen. Mein Mann meint das nicht, ey. Das werde ich auch mit Mango-Staffel 200 machen. Da werde ich auch viel vorrot zum Scheiß. Also jeden 2, da ist ja noch lange Season 1 noch 80 Paar von Staffel 2 brauchen wir jetzt nur nicht reden, ne? Was ist denn die nächste Woche? Da haben wir jetzt schon wieder diese Woche als besינigt was. Ich hab' so Know eine Staffel 2. Du bist ja auch schon wieder. Du bist ja auch hier. Ich glaube, du bist ja auch nicht. Ich hoffe, ich habe hier auch nicht. Ich bin das вообще nicht. Das ist ja auch nicht. Ich habe das. Du bist ja schon wieder. der fall von captain de santa was? jetzt schon. guck mal den bau war schon so kalt warte warte wir killen captain de santa nein er hat zwei mal einen park wo der santa drin steht santa 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 Ich weiß, was du gemacht hast auf der Brücke, um das Konvoi zu verletzieren. Der Armee wird immer stärker sein. Ich bin sicher, dass es mehr Befehl ist, wo die Leute kommen. Wir werden das auch verletzieren. Ich verstehe, sie sind schrecklich und machen Fehler. Wir sind näher bei der Victory, als du denkst. Keine Ahnung, Kompadre. Wir müssen aufhören. Die Musik wird aufhören. Die Musik wird aufhören. Die Musik wird aufhören. Wir wollen sie nicht aufhören. Die Musik wird aufhören. Ich muss ihn, in der Lage, Herr. Auf der Namen der Provinciale der Coronel Allende und der Staat in diesem Land, Frieden! Sie sind in der Tatjadasin der Polizei. Sie haben seine ganzegenddrücke Geist? Sie sind in der Tatjadasin. Sie haben einen Bezug aufhören. Sie haben sie jetzt in der Tatjadasin. Sie sind ein Bezug aufhören. Sie sind ein Rasssystem. Sie sind ein Rasssystem, mitten, das Mögliche, Schüsse. Hör. Gutes dove nach. Sie haben die Flirt. Was? komm her ich mach dich doch gut an getroffen captain des santa kommt doch mal her habt ihr ins bein geschossen captain des santa kommt jetzt komm mal her adoro schön dass du vorbein ja wo es da gibt es dann doch jetzt hast du okay perfekt You fucking pig! Go back to your country! Where is Javier Escuela? Wait, wait, wait! Okay, all right, all right. Shit. All right. Casa Madrugada. It's all that. There. Now hurry up and kill me! Or just let me go! Okay. Can we kill this piece of shit now, senor? Or would you like the pleasure yourself? You don't have to do this! I think Antonio, I'm a profi-spieler, you're right. Voll. Bombe. Hm? Okay. You're going to go further? Okay. Genau, der ist genauso schnell wie ich. Das ist unrealistisch, niemand ist so schnell wie ich normalerweise. Komm Freddy, weiter! Andro, kannst du dich noch an Freddy erinnern? Das ist Freddy jetzt. Joli, wunderbares Pferd. In Mexiko reitet dieses Pferd jetzt rum, bis es dann wieder in Amerika ist. Profi! Profi! Yeah, Profi! Wenn du wieder in Minecraft dabei wirst, ne? In Wann mal. Und Leute, ich hab einen einst... Ich kann mal sagen. Ich hab einen einstündigen Screen von Minecraft gemacht. Da ist aber... Da ist nicht viel passiert, das werde ich nicht... Das wäre egal, der Schneiden, weil... Das ist so wenig passiert. Also da ist nur null passiert. Ich hab da... Nur mein normales Haus ein bisschen weiter gebaut. Mehr hab ich da draußen nicht gemacht. Von daher... Welches an. Okay. Heißer nicht, Antone, dass du nicht... Du wirst noch... Du wirst noch... Dann kommen wir nach. Dann schauen wir mal. war die alle denn drauf zu abraham john alles in ordnung freddy lasse man hier der gesamter tod ich habe den grundschul mag ich wenn ich das war es dann schon wieder ok